Hubschrauber schnell wissen ja wie ist das denn beim Hubschrauber mit der Kupplung ist das ähnlich wie beim Auto müssen wir erst einen Kraftschluss herstellen oder nicht das war die Quizfrage und ja wir müssen erst einen Kraftschluss herstellen weil Motor und Rotor sind nicht fest miteinander verbunden ist auch gut so weil ich muss den Motor ja irgendwie starten können und wäre der Rotor da direkt dran mit Getriebe und allen Teilen die sich drehen der Motor kann diese Kraft gar nicht leisten oder eher gesagt der Starter Generator oder der Starter je nachdem was für ein Hubschrauber ich habe der muss ja diese Kraft leisten können und das funktioniert einfach nicht das ist wie wenn ich beim Auto irgendwie den ersten Gang drin lasse und starte dann den Motor dann ruckelt es auch so es tut weder dem Getriebe noch dem Motor noch irgendwelchen Wellen noch sonst irgendjemandem gut also und daher hat man auch da eine Kupplung so und wir haben diese Kupplung auch ich rede jetzt mal von der R44 vom Kolbenmotor das heißt wir haben hier den Kolbenmotor und alles andere was sich dreht voneinander getrennt jedenfalls solange er jetzt hier am Boden steht das heißt ich habe den Motor muss man sich vorstellen in einer Ebene da kommt hinten ich sag's jetzt mal ganz banal einfach wie so eine Welle raus da ist ein Riemenrad dran und dann habe ich hier oben die andere Welle die zwischen Heckrotor und Hauptgetriebe hin und her läuft da ist auch ein Riemenrad drauf und zwischen diesen beiden Riemenrädern sind vier Riemen gespannt oder eben nicht gespannt je nachdem da sind auf jeden Fall vier Riemen so und jetzt so wie er hier steht sind die Riemen nicht gespannt die Riemen findet man hier hinten drin da da sind die vier Riemen das ist leider ein bisschen schwierig zu sehen das ist nämlich stocke duster da sind diese vier Riemen ist aber spielt auch keine Rolle man muss sich es ja einfach nur vorstellen und wenn ich jetzt sage pass mal auf ich starte jetzt den Motor draußen auf meinem Handypad dann läuft er dann soll er eine stabile Drehzahl erreichen und wenn er die erreicht hat dann lege ich einen Kupplungsschalter um dann leuchtet auch vorne ein Lämpchen das heißt hier Achtung die Kupplung fährt gerade kann ja auch sein dass er sich auskuppelt im Flug deswegen wenn ich den Schalter dann umlegen würde macht man aber nicht weil keiner greift absichtlich dahin und das ist nochmal extra gesichert also man müsste es wirklich absichtlich machen aus Versehen geht sowas nicht das ist extra so gemacht dass es nicht aus Versehen geht naja und hier am Boden auf jeden Fall lege ich den Schalter um und dann fangen an sich diese Riemen zu spannen das quietscht dann manchmal auch so ein bisschen weil einfach diese Riemen bis sie die Spannung haben und dann manchmal noch mal einen kurzen Moment rutschen und das ist dann dieses Quietschen was man manchmal eben dabei hört und wenn dann der Kraftschluss hergestellt ist zwischen Motor und Rotor dann läuft das ganze System dann geht mein Kupplungslichtchen vorne aus und dann weiß ich okay eingekuppelt wunderbar und dann kann ich die Drehzahl ein bisschen erhöhen und dann später eben auf 100 Prozent hochfahren wenn ich alle Teste gemacht habe und der Motor eben warm ist und bei der Landung kuppel ich das ganze System dann wieder aus und danach stelle ich dann erst den Motor wieder ab so einfach ist das ne und damit man nicht aus Versehen einkuppeln kann wenn der Motor sozusagen noch gar nicht so weit ist oder eher gesagt man vergessen hat die Handbremse oben los zu machen also sprich die Rotorbremse dann springt der Hubschrauber nämlich gar nicht erst an ja damit man eben nicht die Handbremse oder eher gesagt die Bremse jetzt sage ich immer Handbremse die Rotorbremse gezogen hat ja die kann man nämlich feststellen dass der Rotor fest steht beim rangieren dass er sich nicht dabei dreht und dann den Motor starte und dann die Kupplung einlegen will und das ganze System dann gegen diese Bremse arbeiten muss und da hat Robinson sich was hier schlaues überlegt aber andere Hersteller machen das auch nur auf andere Weise dann meistens man kann den Motor erst gar nicht starten ja so oder man kann nicht einkuppeln gibt es unterschiedliche Systeme bei unterschiedlichen Hubschraubern bei der Turbine ist es ein bisschen anders oder eher gesagt da ist auch nicht direkt dran aber da gibt es dann zwei Wellen innerhalb der Turbine das ist ein zwei Wellentriebwerk das heißt ich habe vorne eine Welle im Triebwerk die völlig unabhängig ist von dem System Rotor Heckrotor Getriebe und so weiter die einfach nur dazu da ist den Kompressor anzutreiben und dann habe ich hinten eine zweite Welle die an der Arbeitsturbine sitzt die nur dazu da ist die Kraft aufzunehmen und nach vorne zum Getriebe zu schicken und diese Wellen sind voneinander unabhängig und erst wenn der Kompressor vorne und die ganze Turbine genug Kraft hat hinten die Arbeitsturbine anzutreiben dann läuft diese Arbeitsturbine langsam los und dann dreht sich auch so langsam der Rotor also auch da ist kein direkter Kraftschluss sondern das ist auch wie eine Kupplung kann man eigentlich sagen dass erst mal die Turbine sich in Ruhe vorne anfangen kann zu drehen und wenn dann irgendwann von ganz alleine genug Power hinten ankommt im Arbeitsbereich der Turbine dann fängt auch das andere System sich anzudrehen und somit ist immer gewährleistet dass ich einfach nicht Unmengen an Strom die ich sowieso schon brauche für diese Startgeschichte im Verbraucher ja also auch da können Generatoren locker 300 Ampere wegziehen und wenn man dann jetzt noch überlegt dann müssen sie den ganzen Rest auch noch mit antreiben dann brauchen wir auch gar keine Batterie mehr dann brauchen wir immer ein Stromkabel um irgendwo zu starten so wenn dazu noch Fragen sind gerne unten in die Kommentare dann schreibe ich auch gerne eine Antwort dazu vielen Dank